Die V8 ist hier unten auf der Strecke, es ist also waiting for Marusa Ferg, Zorveglia. Und zur ersten Zwischenzeit gehört in der Videotime 31.07, plus 0,67 Rückstand für die Zorveglia. Die V8 heißt 51.06, ja da ist sie unter einer Sekunde, Respekt, also 9 Zehntel hat sie genau Rückstand hier. Und das wird sich natürlich auch geben, man entweder und so deutlich niederstrahlen, auch schon ein, hier in den Ziergang von Haus. Und hat nicht verlangen, 1.07, 1.08, und die Zeit bleibt bei 1.10. Marburg 1.77 Rückstand 1.10.89. 1.10.89